Die Fans machen sich Sorgen um den Sänger Matthias Reim. Ende letzten Jahres sackte er seine Konzerte wegen Burnout ab und meldete sich Ende des Jahres mit folgendem Statement zurück. Und jetzt bin ich wieder da und ich freue mich auf alles. Dass ich diesen Sommer ein paar Konzerte absagen musste. Leute, ich hatte einfach eine endlose Trimpe. Es war einfach doof. Okay, ist vorbei. Aber in den Tagen und den Wochen, Monaten, wo ich dann zu Hause sitzen musste und der Doktor sagte, Matthias, kurier das mal aus. Und ich dachte immer, ich muss wohl, aber ich will nicht. Naja, und ich habe gedacht, weil ich auch wirklich viele Fans enttäuscht habe, wenn ich nicht kommen konnte, habe ich nur gedacht, oh Mann, ich bin wieder mal sowieso das Letzte. Jetzt hat der Sänger wieder einige Termine für dieses Jahr abgesagt. Wir hoffen, dass er sich gut erholen kann und dass es nichts Schlimmes ist. Wir hoffen, dass er nicht so gut ist. Jetzt werden wir so gut erholen kann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.